Musik Hey Leute, ich bin Zahn von der Magic Spice und heute schon der sechste Tag von unserer Pack of the Day Serie. Ich bin ein bisschen krank, also wahrscheinlich hört man das. Entschuldigung nicht dafür. Und heute haben wir ein Päckchen der Bundesliga Sticker hier, die Gratis-Version von Penny und 5 Sticker sind da drin. Dann machen wir das mal auf. Fangen wir an. Hier, Markus Feulner von Augsburg. Tim Jedwey von Leverkusen. Dann die unterschriebene Kapitäns-Sticker von Rolfes, auch von Leverkusen. Und dann noch zwei Hannoveraner, Sakai. Und als nächstes noch André Hoffmann. Aber ja, das war mein wirklich sehr kurzes Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen hoch. Und morgen gibt es dann Champions-League-Sticker. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich bin hier bei der Magic Spice. Ciao. Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017